Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen! Willkommen zu euch zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings! Und ja Leute, wir haben hier einen epischen Krieg gegen die Zungen inzwischen. In letzter Zeit ändert sich das schnell gegen den Krieg führen. Ja, und die Zungen bauen da immer wieder mal gern so ein blödes Zeugs hin. Ja, du reitest sehr doof. Du, fang ihn ab! Nein, fang ihn ab! Du Dretel! Ja! Ja! ... ... ... ... Gumm cocofe ... nein, ihr solltet... Jungs, 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 ihr solltet die Truppen mal... Na komm mit! Werden sie jetzt eigentlich geschickt? Ich hätte sie gern hier vorne. Jungs, bitte! Ihr seid für die Truppen verantwortlich. Gebäude werden schon noch zerstört. Da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Ja genau das meine ich. Stark. Was seid ihr jetzt wieder... Na 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 na... Leute, Leute, Leute. Sehr doofe Idee. Das lasst nur bitte schön. Genau, wer jagt da irgendwelche? Seltsame Geschöpfe mit Spermen. Kommt ja nicht dran. Ah eben. So macht er denn nix. Einziehen. Ach man, ich vermisse die Japaner. Haben zwar nicht viel mit denen gespielt. Und vor allem nicht viel mit ihren... Revoken. Aber das war so toll. Da klickt man auf auspacken. Bam! Es ist schon da. Ja. Irgendwie hier hinkommen. Genau. Genau. Zwar das ist auch schon fast zerstört, aber... Ja jetzt können wir aber langsam die Kanonen holen. Ja. Sorg dafür, dass das hier weg ist. Bitte. Stark. Na 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 na. Die Türme erledigen wir anders. Kommt doch noch an den? Perfekt. Kommt doch an das da ran. Das ist die grosse Frage. Ja. Kommen sie. Ja schön. Nein Jungs. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay jetzt bitte einpacken. Sind die Kanonen. Man ist die angekommen sind. Man hat auch schon gewonnen. Okay. Machen wir das kaputt. Yes sie kommen. Oh ja. Okay gut. Okay. Produktion verlegen bitte. Auch näher an die Front. Kann jetzt einer von euch bitte da den Bauern mobben? Der Rest kann machen was auch immer sie wollen. Oder? Ui Jungs. Der macht da was ganz doofes. Genau. Du entgegen machst das richtig. Was ist das? Kaserne. Na. Haha. Jüngchen. Vergiss den Fisch. Oh warte. Jetzt zieht euch mal weg. Hie. 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 Der aber nicht mal. Could. Hie. Hie. Mann. Jetzt. Los. Denn ihr könnt jetzt jetzt ins الد largest level generation und bauen. Und unserer kleine rendern. richtig Bauern 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 Hört auf damit Du helfst da mit aus Kommt auch mit Na ja zerfisst haben wir hier ein und so ziemlich alles inzwischen Und ich glaube Oh stark Sehr stark Hier kommt mal alle mit Die genusslosen Einheiten Verblöderung stehen Wir haben schon lange keinen Angriff von der Seite her gehabt Von dem her Keiner glaub Davon ausgehen, dass es nicht mehr nötig ist Die Kanonen sind zwar lustig Aber pöbelt jetzt gerade jemanden an der nicht sofort kommen sollte Oh 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 Da wird was gebaut Hier hat was gebaut Das ist etwas, was ich nicht hören will Der hat ein bisschen zu viel gebaut Wenn er mich fragt Ah ok Gut, 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 gut Da Ich bleibe rechts nach hinten Ja genau Hier kommt mit Mach das da kaputt Da hat auch lange nichts zu tun Ich meine, ihr könnt das da verstärken Ihr könnt ender jagen Obwohl, ne Ihr könnt ender jagen Ihr könnt mit Ihr seht weit Das war Das sehen ja weit Die können da besser Die Bauern auch schon Und sie sind schneller Also Das hat offensichtlich noch irgendwo Bauern Also Los geht's Wo wird denn was angegriffen? Stark Was denn Plötzlich So Jetzt Wo sind die Sparen Guckt mal die Gegend durch So Ein Teil von euch geht in die Richtung Ah Ein Turm Schön Ja genau So was will ich nicht hören Wir sehen Hier Sorgt dafür Dass der Shit weg geht Ihr auch Bitte Toll Sehr schön Wow Leute 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 Das war jetzt ganz schön doof von euch Unbedingt Ja perfekt Du hast sie gefunden Ja Die Dann guten Freunden auf Äh Greifen auf allen Fronten an Ja Jungs Hier macht das richtig Sinn Yes So haben aufgegeben Sehr schön Viele Kanonen haben wir noch Drei Vier Okay Das ist zwar schade aber Ja gut Kann man jetzt auch nichts mehr machen Kann man jetzt auch nichts mehr machen Mal runter Was ist denn da los Ich werde da alles angepöbelt Oh Mann Oh Mann Nee oder Oh Ja Dann soll er doch kommen Ist uns doch egal Zerstört das hier Kanonen Ich glaube wir ziehen einfach alles mit So können wir wieder auf neutral stellen Ich sage die sind nicht mein Problem Das ist dann der Nachschub den ich hole Ich kann auch schon mal rollen Ich habe die länger als der Rest Ja und ihr könnt auch schon mal rollen Und der Rest von euch kommt vielleicht mit Und deckt sie oder so Dann hätten wir ja Naja kommt auch mit Aber jetzt Jetzt sieht es schon viel besser aus Jetzt haben wir ja ordentlich was an Truppen Noch irgendwo irgendwas Nee Gut Woots 3 Woots 3 Okay Dann woots 3 Dann woots 3 Ist okay Gold Achso echt Okay Wieso hat es da noch Gold Wieso Hat es da noch Gold Das ist das ist nicht gut Das ist das ist nicht gut So next Teil von euch geht grad auf den Zweiten Wiss 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 Aber Wiss obes Wiss Das ist nicht sinnvoll Vielleicht � Ah, da ist euer Dorfzentrum. Das ist eigentlich mein Lieblingsziel übrigens. Na, passt auf, dass ihr mal nicht alle drauf geht, bitte. Perfekt. Kommt gleich mit und deckt unsere Jo... Aha, sie müssen sowieso rundherum. Okay, gut, dann ist ja auch egal. Ja, dann können wir auch den ganzen Fusel da zerstören. Okay, dann rein und mal los. Geil vielleicht bitte. Ah, dein Priester bitte. Wenn die uns ein Shit. Oh. Wow, 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 du Verreiter, komm her. jetzt sollten wir das teil zerstören genau das gefällt mir nicht naja oder das teil das geht auch zu stören von mir aus was wir auch machen können bauern dezimieren los weg mit dem zeug den reitest du alleine ok jetzt machen sie wieder blödschen weniger toll ich gar nicht soll ja komm kommt rein mit uns wir sollten ja noch nachschub haben perfekt nachschub kommt bitte auch hin jungs da frauen ein paar von euch kommen bitte die typen oben dringend macht was komplett falsches jungs ja ja schießt da 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 schnell was ist das denn ja gar weiterlauber das interessiert auch keiner ja schicht gut so jetzt sind ihre truppen hoffentlich weg langsam ja toll meine kanonen auch ah warte ich bin ein bisschen doof wir haben da noch was und schönes schlucht das ist auch immer ein tolles zeichen ich würde sagen das gibt jetzt den nächsten schnitt und ich komme gleich wieder ne so wir sind wieder zurück es stockt hoffentlich nicht mehr gut na doch es stockt immer noch aber was ich auch gemerkt habe die folge ist eigentlich demnächst vorbei von dem her da genau da kommen noch drei euch schicken wir noch rüber und der rest macht hier eigentlich schon einen relativ guten Job nach den relativ guten Job habe ich gesagt naja leute wie gesagt die folge ist leider schon vorbei wir haben die sung auch schon besiegt und ich glaube die tanguten sind relativ am ende ich bin zwar relativ schlecht im angreifen aber ja inzwischen können wir sie bald pleiten würde ich jetzt mal behaupten ja falls ihr sehen wollt die tanguten auch noch erledigen und was denn danach folgt müssen wir beim nächsten mal wieder dabei sein also liebe freunde bis zum nächsten mal tschüss tschau